Guten Tag, hier ist euer Thomas Savoy und heute bin ich auf der Fußballroute in der Aignerstraße, wo man ein Denkmal für die drei Spieler Haki Wimmer, Berti Fuchs und Günter Netzer aufgestellt hat, für die lohnreichen Spiele und die Siege, wie man hier sieht. Ja und, und jetzt fahren wir mal zu einer an, jetzt geht es auch mal zu den anderen Denkmal und zwar zum großen Ball, ja und das wird in den nächsten Video kommen, bis nachher, euer Thomas Savoy.